Der zweite Weg führt immer in die Gardena-App und man siehe da, was sie ist da, ist connected, Batteriestatus auch okay, super und erstaunlicherweise keine Updates. Der Meerroboter hat der Season schon drei oder vier Updates bekommen, aber was sie, keins. Naja, ist vielleicht auch nur so ein An- und Aus-Ding. So, ansonsten gucken wir mal kurz in die Zeitpläne rein, was da noch so rumsteht. Da diesen Gardena-unterstützten Modus machen wir raus. Der ist an sich für mich nicht relevant. Und ansonsten testen wir noch kurz, ob das Ding klackt, indem wir einfach eine manuelle Schaltung machen. Alles in Ordnung.